Hi meine Leute, da ist Neko wieder am Stand und... ja. Wie man gut sieht, ich hab irgendwie nicht das letzte Mal gespeichert. Na gut. Ne, da lang. Komm schon. Jetzt war ich irgendwie hart, aber gut, doch, 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 doch. Oh, was hoffen wir. Und hab's. Lass mich das letzte Mal schwingen, hier schön hin und her. Äh. Äh. Obwohl, ich weiß nicht, ob das jetzt besser ist. Äh, wir fahren das ein. Kann man das auch anziehen? Tatsache. Oh. Nööööööö. Häh. Verdammte Sache. Okay. Ach, die Arme. Oh, das war fixiert. Ich muss verstellen. Jetzt wollte ich erst, okay, schwul. Ah, hier schläft er anscheinend. Alles klar. Ach, rüber rein. Ja, ich denke mal, ich glaube, hier habe ich das letzte Mal aufgehört. Ich bin mir da nicht mehr ganz so sicher. Ach, Jogging. Arschloch. Ne, ja. Ganz super nur das Licht. Wo hat das denn nicht gespeichert? Naja. Was soll's? Oh. Wo kommen die ganzen Schuhe hier hin? Licht. Äh. Das sind eine Menge Schuhe. Ist ja auch ein Schlimmes. Ich wette mit euch, da ist irgendwas drinnen. Oh. Oh. Den einmal komme ich leider nicht. Boah. Oh, ich hab's nur gedacht. Oh Gott. Zu den nächsten Koffern. Das wird jetzt knapper. Oh. 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 Ich hab's gewusst. Was ist das? So. Feierchen. Ich hab's nicht gekämpft. Das hört mich doch was Scheiß an. Wie soll ich denn? Oh. So springt die nun auf mich. Oh. Auf den Koffer bestimmt dann auf den. Die Plätze, fertig, los. Ich weiß, was da drüben war, was das hier ist. Oh nein. Gut, dann mal so, hängen wir bestimmt nicht, wenn man kommt. Kommt aber bestimmt jetzt gleich wieder einer reingeschnitten, irgendwas, ich hab keine Ahnung, wie ich hier wegkomme. Ich hab's garnt. Ich hab's garnt. Oh, danke schön. Danke, Pilzi. Hm. Hm. Warum stachst du dir so den Klammeraffen an? Okay, bei Spitzzeug. Ich hab's garnt. 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 Okay. Das ist die Pilze nicht. Vielleicht hat das ja noch geschafft auch zu haben. Sehr nischt. Wenn ich da oben bin, kann ich durch das Band. Okay, pisse dich doch mal. Wofür stecke ich mich da? Oh Gott, muss ich vor Ort sehen. Er geht bitte freiwillig danach. Ich muss da hoch. Und da drüben ins Loch. Ich muss noch mal warten. Und da drüben. Und da drüben. Ich weiß gar nicht, was ich dazu suche, aber okay. Dann ist mir das noch nicht ausgedruckt. Und da drüben. 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 Okay. Bleib damit ab sich zu lang jetzt. Und da drüben. 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 Da drüben. Das klappt blo休. Aber ja, also nochmal. Hey.. Nein, sie ist fühltig. Scheiße, jetzt kommt er noch nicht mehr rüber. I'm sorry. Oder ist er weg? Ne, war klar. Das sind definitiv keine Menschen. Oder habt ihr schon mal Menschen mit so einem Kopf, also so gesehen, wie der aus so meterlanger Arme und klein und weiß nicht. Den Kopf, also nur Haut. Hups. Ja, die Bratpfanne oder was ich da runter geschossen habe, habe ich jetzt nicht gesehen. Da kann man ja rein. Oh, nicht ducken. Ah na. Danke. Okay. Okay. Ich muss sagen, bei Horrorspielen bin ich schon sehr ängstlich. Na toll, das geht bergab und ich sehe nichts. Okay, Tim. Ich lebe mal kräftig, da ist eine Tür. Komische Konstellation da hinten, muss ich mal sagen. Ja, von Minute zu Minute spannender und gruseliger. Kann ich gut? Ich lebe es jetzt schon mal ein bisschen. Ich lebe es jetzt. Ich lebe es jetzt mal ein bisschen. Was ist denn? Nein, gut. Was ist der Helle? Au! Ach, verdammt! Merde! Wo tauch ich denn jetzt überhaupt auf? Oh, da. Ja, toll. Ist ja nicht so, als hätten wir das ganz gemacht. Entschuldige, Leute. Da, wo du dichpistst, auf den Weg? Ich bin wirklich nicht so, als würd ich es thirdlyuto, wie ja, ich bin ich noch nie mit zu tun. Achtså, da war jaspen, weil, wie ja, ich bin. Es ist ja nicht so, als würdest du dich, aber ich bin ja nicht so, als würdest du dich, mehr oder willst du etwas? Das ist das, was würdest du zu versuchen. Und das war nicht so, wenn du dich, nicht so, als würdest du dich, Load zum Beispiel, noch mal mit den Deutschen und Herz... Monate zum Beispiel, Alter Lachs, das war ja mal. Da musstest du doch wissen, dass ich jetzt da oben durch dieses beschissene Loch jetzt klettere. Ich hoffe, sie kriegt nicht bald wieder Hunger. Jedenfalls nicht bei dem Typen, sondern sterben. Wenn ich ja eh am sterben bin, was ist das überhaupt alles? Wenn ich das wechsel, kommt das vielleicht von alleine raus. Das hätte jeder Trottel hören müssen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? okay wie lock ich den daraus ist es nicht interessanter frage schon wieder das auch mehr der tüte kack ja ja ist aus dem film er mir mal hochkampeln könnte noch ein paar tote werden es muss irgendwas mit dieser schalltour sein bestimmt bindet die ganz laut dann kann ich stimmte kremler im wiesel schnudder kopf weg und gegen dich Ich war zu freundlich. Gut, komm schon. Klinat, wir haben noch nicht alle Katzen neben hinter uns. Verzieh dich, verzieh dich. Ich habe keine Angst vor dir. Also los. Schnell. Eigentlich würde ich es kapschen. Ich war vorher nicht so gut. Wieder warten, wir stehen ja da drauf. Aufs Warten. Ich war schon mal. Ich war schon mal. Ich war schon mal. Ich war ein bisschen zu kurz. Ich war schon mal. Ich war schon mal. Ich bin jetzt nicht in mir ernst. Also ich habe jetzt alle Todesorten, denke ich mal durch. Bis auf Saken und Zerstimmen und sowas. Okay, in den Kochtopf bin ich auch noch nicht gelandet. Niko, streng dich an. Schnellen. Schnellen. Nein! Irgendwie ist es 20 zu 0 für den oder so. Der ist echt gut. 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 Der ist echt gut.